guten morgen ihr lieben wir machen türchen nummer sechs auf und das war im pichys adventskalender mit der 24 zusammen die einzigen die beschriftet waren oder beschriftet sind und und zwar haben wir einmal hier die farbe 3064 die gefällt mir richtig gut und schaut mal wie die glitzert die habe ich definitiv auch noch nicht also bisher alle sechs farben die im adventskalender drin waren die habe ich bisher noch nicht gehabt ich habe so einen kleinen kocher ich weiß gar nicht wie viel da reinpasst 30 oder so 30 haben da werde ich auf jeden fall anbauen müssen ja aber danach habe ich richtig auswahl und wir haben hier einen magneten so ein ganz süßes reh das finde ich ja total niedlich schaut mal zum vögelchen da drauf und wie ich finde die farbe total passend also ich bin mal gespannt was die anderen hier im adventskalender haben ob sie die gleiche farbe heute drin haben oder ob es sogar verschiedene folien magneten gibt auf jeden fall die farbe passt ja total gut zu dem reh richtig niedlich gefällt mir richtig richtig gut den werde ich mir auf jeden fall später auf mein schreibtisch stellen bis ich das nächste tag mit ein painting anfangen und dann würde ich sagen sehen wir uns morgen am 7. bis morgen ihr lieben